Moin Leute. How's it going. How is it going? Ja. Hmm ja. Wir sind hier einmal bei meinen Hundys. Und... Ja. Heute wieder neue Episode. Let's Play Minecraft. Was euch ja auch überhaupt noch ange... Oder nicht... Vor allem nicht aufgefallen ist. An dem Spiel und An dem Titel des Spiels. Also werde ich euch jetzt noch mal sagen. Let's Play Minecraft. Nicht, dass ihr es vergesst. Ok. Wir haben ein Ei. Genau. Nein. Wir brauchen noch ein zweites Ei. FTW Nein, jetzt ohne Scheiße, brauchen wir hier noch ein zweites Ei Ach, leck mich So, oh, Fail Falsch So, was ich brauche ist Mal gucken Also, was habe ich denn hier alles Okay, wir müssen jetzt, äh, diese Episode geht's in die Hölle Ja, mir richtig gehört, in die Hölle Und zwar geht's darum um die Dusts Oder Ghosts Und whatever, da gibt's auf jeden Fall viele Sachen Aber jetzt habe ich mir erstmal Gedanken gemacht, weil Es gibt ein großes Problem mit der Höllensache, ja Und zwar ist das Problem Dass wir noch im alten Höllenspawn sind Und wir brauchen ja neuen Höllenspawn Das ist ein bisschen doof Und deswegen müssen wir uns jetzt da richtig in die Hölle reinbauen Und gucken Naja, muss Muss man durch, ne Irgendso So, erstmal die Fans Defense Defense Da rein, da raus Okay Alles klar Netherrack Ein Strings Dann das Ei raus Nehme ich jetzt nämlich nur alles mit, was ich wirklich brauche unten Unten in der Hölle Jetzt ohne Scheiß Das wird ganz schön kritisch Aber wir müssen da richtig weit laufen Wenigstens haben wir jetzt ein Map, wo wir einspeichern können, wo unser Portal ist Das ist schon mal ein bisschen was Und Das ist gut Das ist gut Das ist gut Aha Aha Yeah Okay Alles klar Okay So, da wird's jetzt Geht das hier auch Hier ist hier nämlich die falsche Tür Aber sonst geht's nicht Okay Dann ab in die Hölle, Freunde Und rein Wap, 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 wap Wum Yeah Okay Alles klar Hier sind wir Jetzt dürfen wir die Karte aktivieren Und jetzt müssen wir einfach so lange gehen, bis wir in einem schöneren Ort sind Sozusagen Ich werde jetzt einfach mal in diese Richtung mich verzischen Ich wüsste jetzt gerne, in welche Richtung wir damals gelaufen sind Aber ich denke mal, irgendwann wird man ja schon die noch nicht generierte Welt finden, hoffe ich Und ich vermute mal, da jetzt neu generiert wurde wegen Strongholds Dass da einfach mal so eine riesige Wand dann einfach ist, die glatt durchgeht Die werden wir ja dann sehen So Aber dann müssen wir jetzt auch erstmal hinkommen Da werden wir dann einige Sachen neu finden Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne was gemacht, bevor ich losgegangen wäre Aber das ist jetzt schon zu spät So Tschüss, Lava Tschüss, Lava Das muss ich ja auch machen, ey Ach so Okay, da geht schon mal Nichts Hüpf Au Egal Ach genau Boxen hätte ich fast vergessen anzumachen So Ein bisschen aufdrehen So Alles klar Jetzt hört ihr auch was Gut Dann lass uns mal durchrennen hier Okay Oh, das ist schon ein bisschen zu laut Ah, das passt jetzt So, mal gucken Geht's da hinten hin Ah, da geht's tief runter Da werde ich mal eine Brücke drüber bauen Machen hier so jetzt keine großen Viecher weit, um weit zu sehen Das ist ein riesiger Lavasee Sehr gut Wie geht's weiter Ah, ich seh schon, hier sitzt gar nicht mehr so viel Lava Was Gutes Weniger Plätze, wo wir reinfallen können Trotzdem immer vorsichtig sein Gut, dass keine Gäste in der Nähe sind Erstmal einen Übergang bauen Und Ja Was ich noch ausrichten will Schönen Gruß an Fabian Der ein kleines Video für mich gemacht hat So, dass ich jetzt ein paar mehr Abonnenten hab Gut, bis jetzt zwar zu dir Aber ich freu mich ja über jeden Abonnenten So Also wenn ihr von ihm kommt Und das Video jetzt hier seht Könnt ihr auch gerne mal abonnieren Ich freu mich wirklich über jedes Abo Ist mir viel wert Weil Die 50 Abos, die ich im Moment hab Die sind ja alle im Grunde nur so Hm Das sind nicht wirklich solche richtigen Abos Das sind Ah ja, okay Sagen wir mal 50 davon Schauen wir sowieso kein einziges Video an Die haben mich nur abonniert Dass sie mich abonniert haben eben Also ihr interessiert es nicht Dass ich uns nicht sub-for-sub Sondern ich hatte einfach Ein paar Kumpels gefragt Ob sie mich abonnieren und so Aber hab halt Bei irgendwelchen TS Gehen mal schauen Hab ich da mal einen Link gepostet Und Eigentlich sind es dann wirklich nur 10 aktive Viewer Die meinen Kanal anschauen Und ich würde mich echt Über jeden einzelnen mehr freuen Weil Ihr seht ja Ich mach schon viele Videos Für wenig Views Und Würde ich Mich sehr freuen Wenn meine Videos dann auch noch mehr Views kriegen würden So 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 Dann baue ich mich schon ein bisschen hoch Ich denke mal Ich muss schon auf Koordinate minus 2000 gehen Bis da wieder was spawnt Neu Was mir eigentlich gar nicht gefällt Weil Müssen wir dann irgendwie Einen festen Weg machen Wow Effizienz 1 Hm Was mir nicht so gefällt Naja Ha Hier geht es doch schon wieder raus Ah Hier ist schon die erste Sehr schön Wir sind schon im neuen Spot Und ich weiß nicht Wie das übergegangen ist Oder ob wir Da durch Durchgepullet haben Oder wie du warst Aber Da ist ein Nethercastle Da ist ein Nethercastle Da Da ist ein Netherstronghold Und ein Nethercastle Ist eigentlich falsch Dann machen wir uns da mal Auf den Weg rein Ne Die Starbricks können wir eh gut gebrauchen Oh Cool Okay Hier endet das Ganze schön wieder Schon wieder Nicht schön wieder Schön ist es ja nicht Hier ist so ein halber Weg Oh ich höre schon wieder Böse böse Viecher Na gut Aber hier Jetzt geht es rein Jetzt geht es los Alles Wow Alles klar Mal gucken Hier ist ein Balkon Ich hoffe In diesem gibt es jetzt auch Diese neuen Pflänzchen Oder allgemein Viecher Die Mich jetzt gleich Auch angreifen werden Wenn ich weiter rumlaufe Noch was fortan Ach das sieht jetzt So nach so Mini Stückchen aus Wenn ihr mich fragt Da hinten ist noch ein weiteres Stück Muss ich da weiter gucken So wie das jetzt aussieht Ne das wird wahrscheinlich nichts hier Dann werde ich hier mal einfach einen Übergang machen So Keine Gäste in der Nähe Da könnte ich Aha Das sind schon die neue Mobs Die brauche ich Da brauche ich mindestens einen Mindestens Und dann brauche ich noch Slime Balls Das wäre schon gut Wenn ich so mal Weil ich kann mir dann ja Einen Anti-Feuertank machen kann Einfach durch Lava schwimmen Das ist ja schon mal Ein richtiger Vorteil Scheiß Fotze Alter Sorry für den Ausdruck Aber Das ist ja nerviger Oh Mann Wie war das jetzt unnötig Ich musste ja meinen Bogen Ein bisschen anficken Eben diese Ausdrücke Aber Kriege ich da auch nichts dafür So wenn er mir jetzt noch mal Auf die Eier geht Dann muss ich mir den Bogen weghauen Wo ist denn jetzt überhaupt hin Dass er mich jetzt hier hinterrücks holt Ah 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 Das ist rasch Das ist böse böse Trotzdem Ach geschafft Gut Weiter geht's Schnauze da hinten Ah das ist trotzdem nicht gut Ich sehe nämlich jetzt nicht hier irgendwo Eine Stelle wo es nämlich Die Pflänzchen gibt Die guten Ach das ist doch mal so gut Das Tier Ach gut das sind zwei Wow Ganz schlecht Ganz schlecht Schnauze Aua 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 Ach komm So So add Ähm ich weiß nicht ganz wie die heißen Ich mach einfach Stronghold Okay So Shit Ich hab im Portal Oh nein An die Fresse Na gut ich weiß ja das auf 0-0 ist Ich darf mir die leider nicht zum Feind machen Sonst würde ich die einfach weghauen Weil Ihr wisst ja was passiert ist letztens Als ich mir so ein Vieh zum Feind gemacht habe Ja Jetzt wird gelacht Boah geschafft Ah du bist so nervig gell Hallo Tja Überraschung Und jetzt hab ich meine Blaze Rod Ein bisschen mehr brauch ich aber schon noch Dann halt ich mir ausschaue Bis hier einer spawnt Ha Wie hab ich den Übergang gemacht Ha Weg gehen damit ich spawn Geht doch Hab ich dich Zack Das wär doch gelacht Hab ich gesagt Aber lachte nur und sagte Hab ich dich Aua Aua Wo zu stecken Wo bist du Ah Ha 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 Tja Okay Uh ja Aua 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 Das wird es Komm schon Ah nicht legen Nicht legen Du bist scheiße PC bist du Scheiße einfach nur Mann Das war so unnötig Das ist schön Vier Stangen Na komm Renn 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 Hab ich gesagt Oh Okay Gott war das knapp Boah Ich darf die vier Blazing Rods jetzt auf keinen Fall verlieren Was du bist nicht tot Da bist du jetzt tot Hab ich gesagt Oh Gott Und jetzt kommen die Viecher auch noch Ach du scheiße Nicht gut Na gut Dass sie jetzt nicht zerstören können So Ich gucke mich hier mal ein bisschen weiter um Da hinten ist glaube ich der Raum Wo das Ding drin ist Und jetzt mit dem Viecher über dem Kopf Wird es schwer dahin zu geraten Biss dich jetzt Ich brauche mal Natürlich habe ich jetzt keine Pfeile mehr Oh ja Ich bin egal So genau Und Lava ist hier unter mir drunter Shit So Also das ist ein bisschen kalt Alles ein bisschen scheiße Aua Ihr seid alle Säcke Nur weil ich jetzt keinen Bogen mehr habe oder was Ah verdammt Ja Trefft er mich auch noch Scheiße Das kann ich nicht killen so Achso Ne Das war der Rückweg Achso Ich war in die Richtung Ja Auf Wiedersehen Was rennst du ordentlich mehr du komischer Co Co Keine Ahnung Er rennt einfach nicht mehr Das ist schon genug Einfach Pff Oh da steht schon wieder drüber Du kannst mich mal Kannst du mich So Oblich geht es da Oh da gibt es einen Aufweg Ob ich glaube nicht Das ist eine Aussichtstörung glaube ich Jep leider Wo geht es da hin Ah 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 Gar nicht gut Nein da geht es nur in ein riesiges Lava mehr Ah hab ich dich Du bist in der Falle Ach der Tropf ist natürlich keine Rod Egal Ja du gehst mir auch auf die Eier Ist schon wieder gut Jetzt muss ich doch Mal lass dich hier Wow 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 Das muss ich noch ein bisschen leiser So wie die Viecher mir dann Wow Heulen Wow Schlecht Richtig Richtig Oh man Ich bin hier richtig ungemerkt Auf so ein riesiges Lava mehr gekommen Ich darf mich Ich fühle mich nicht mehr Bis zum Rand näher Oh mein Gott Ich komme nie wieder runter Nie wieder in meinem Leben Geil Oh warte mal Da fällt mir was ein Hallo Aufweg Das ist Geht was für mich Bestimmt eh nur auf so eine einsame Insel Mit ne Überm Lava mehr Aber Versuch ist es doch wert Ich glaube das ist Das ist angeschlossen Oder ist es nur eine riesige Insel einfach Ne ich denke Ich glaube das ist angeschlossen Wenn ich jetzt hier lang gehe Blöd Dass ich jetzt keine Stronghold mit Samen gefunden habe Mit Zahlen von so Helmplänzchen Muss ich jetzt mit Leben Muss ich weiter rennen und suchen Hm Ich hätte mir echt mehr Boah ich Idiot Ich hätte mir echt mal Beide machen können Ha naja gut Ich muss auf jeden Fall weiter ins Minus Da ist ein Minus Okay gut da geht es weiter Ich habe jetzt schon mal ein Stronghold Zack Aua Aua aber egal Gut das habe ich jetzt hinter mir Dann werde ich mir jetzt einfach Den Tunnel in den nächsten Raum bahnen Das ist mir wahrscheinlich alles noch zu verhängen Dass ich auf dem Thema hergegangen bin Im besten Fall also Wenn meine Spitze gehypt down ist Gehe ich auf jeden Fall zurück Egal was ist So Wurdele ich mich hier mal durch Ach toll Mein Essen ist auch nicht mehr ganz das Beste Dann muss ich mich halt von Ach ich habe ja noch Steaks Ach das ist ja gar kein Problem Ach das Erleichtert natürlich alles ganz Easy Hier Fress das aber mal weg Wenn ich da noch 23 Steaks habe Ist das ja keine Sache So Dann geht es mal weiter hier rein Ich denke wir kommen ich bald irgendwo raus Was ist denn hier Total beschissener Tunnel Scheiß drauf Ich habe nur kurz geguckt Wohin ich gehe Ja halt die Schnauze Du hässiges Gastviech Irgendwie wird es gerade nicht so Direkt Ich höre da was Ich höre da was Das ist gut Das ist Slime Das ist Autowelt Slime Den brauche ich Der ist doch fast da Ich glaube der kommt ja aus der Richtung Der ist doch von oben oder? Oder ist der von unten? Verdammt Ich gehe weiter Ich gehe weiter Ich mache es mal so Ich gehe ungefähr auf Höhe 50 runter Ha Ah verdammt Na egal Der kann ich wenigstens weiter gehen Oh kein neuer Ausgang Riesenhöhlen sind meistens neue Wie auch immer die heißen Ich gehe nur aus dem Pfeilmann Sonst stoßen sie mich hier rein Hier scheint leider keiner zu sein Das ist schlecht Irgendwie Ich habe so das Gefühl Dass ich hier schon mal war Und das ist ein schlechtes Gefühl Ich glaube ich hier nur rüber bauen Runter ist schwer Naja egal Weiter Meine Spitzhacke geht auch Um weiter zu bruchen Immer weiter Aha Fail Wenigstens weil sie auf dieser Höhe ungefähr sind Ach was mache ich denn eigentlich Ich gehe einfach hier hoch So Oh Jetzt So Die Gruppe Richtung hält sie ein Also einfach weiter Perfekt Ha Genial So Ich denke mal so geht es dann nämlich weiter Zum nächsten So Wir werden Gravel rennen Okay Alles klar Scheint es weiter zu gehen Hm Gehe ich lieber unten weiter oder oben Ich weiß nicht Ich gehe oben Ich gehe oben Sieht mir irgendwie vielversprechend aus da oben So Face. Shit. Ja ist ja gut. Warum müsst ihr doch gleich so hässlich krezzig zu einem sein, wenn man sie sieht? Diesmal wohl müsste es so scheu. Hallo? Da ist ein großer Raum, das ist gut für Stronghold. Hier wird es generiert. Komm, generieren Stronghold, generieren Stronghold. Bitte. Bitte. Komm schon. Oh, ein kleiner See. Ich mag keine kleinen Seen. Das ist mir ganz unlieb. Ja, aber das sieht vielversprechend aus. Muss ich jetzt riskieren. Gut, das sieht nach anderem Ende aus. Sehr gut, ich habe es geschafft. Viktor Schiff fertig bauen und dann bin ich durch. So. Wie weit geht denn das? Achso. Falls ich mal zurückkommen sollte. So, jetzt erkunden wir mal diese Fläche hier schön. So. Okay. Hier schon darf es auch nichts zu sein, leider. Aber, oh man, ist das eine Scheiße. Ein Stronghold hätte ich ja, aber da gibt es einfach diese Scheiße haben nicht. Deswegen muss ich einfach weiter. Wie eiskalt das hier einfach zu Ende ist, die Map. Ich will mal oben drüber, geht es zur nächsten Höhle und dann kommt mal ein Stronghold. Hier, da runter. Ganz viel tief. Muss nicht unbedingt sein. Ha, das habe ich halt noch gesehen, wie sich das ausgebreitet hat. So neu generiert, das ist hier. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt endlich einen Stronghold finden. Gehe ich ins riesige Nichts. Gehe jetzt mal weiter nach hier. Da, wie es noch ausbreitet sich. Aua. Ach ja. Kannst du noch was essen? Ha, ich esse Schweinefleisch vor Schweinen. Vor Schweineteufeln, woher aber. Egal. So, hier geht es weiter. Und das sieht alles leider nicht nach Stronghold aus. Musst du bald mal ein Stronghold generieren. Gravel. Aber. Ach, da war das denn riesenglauert. Sie fließt, kennen wir ja schon. Hm, Moment Leute. Ist er wieder da? Ha. Aber auch Stronghold ist hier irgendwie nicht. Oh Gott, das ist die schon wieder. Herr auf den Weg. PC aus. Aus PC. Mach den Scheiß. Was ist das jetzt? Ah. Oh, das ist ja jetzt so unpassend. Du bist so unpassend. Leute, wie du nahe mir kommst, ne? Das geht mal gar nicht. Ich weiß, ich könnte jetzt das Ding anspringen und schlagen gleich. Ah. Du bist sehr nervig. Also ich weiß ja nicht. Vielleicht mal das nicht. Du scheiß, ich verpiss dich jetzt. Entspann dich mal fest. Das ist dumm, dass ich jetzt gerade hier immer weiter reinlaufen und die Map generieren muss. Das steckt mich jetzt vor dem. Mann. Hier ist nichts. Kein Stronghold. Gar nichts. Jetzt gehen wir weiter in die Richtung. Wow. Ich höre das da oben. Aber ich will, dass es wieder wegfliegt. Da hinten ist doch schon wieder eins, oder? Oh Mann. Lass mich da einmal in Ruhe, du Kackfiech, du Blödes. Ich habe ihn nicht gefunden. Hier weggehen. Eigentlich. Ich weiß doch gar nicht mehr aus hier in diesem Scheiß mit dem Kackteil da oben. Dass man Kopfschild um mir. Auf so einen Kopf pissen will. Mit seinem Scheiß Feuerwehr. Ich würde weiter gerne in diese Höhle weitergehen. Aber da das jetzt eigentlich nicht in einen unendlichen Lavasee mündet, das ist relativ schwer. Hier wird es einfach nicht weitergehen. Geh mal bitte die Map weiter. Du, 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 Map-Generator, du. Überfliegen die Viecher rum? Sieht aber auch nicht sonderlich aus, nach. Aber Stronghold sieht das hier nicht aus. Verdammt. Da unten ist auch nur Lava. Nein. So wird es nichts. So, hier buddle ich mich mal durch den Stein. Ich sehe, ich sehe. Ich muss hier kurz mal einen Weg machen. Das macht einen richtig unruhig, wenn da so viel Lava unter ihm ist. Nicht laggen. Bitte nicht laggen. So, jetzt baut er an. Oh, geschafft. Los, weg hier. Ich will nicht, ob Lava hasse. Oder Lava sehen. Oder eigentlich mal Lava, in die man reinfällt. Oder reinfallen kann. Ist schon alles schlimm genug. Ist schon alles schlimm genug. Das muss mir am Anfang nur Angst machen. Wow. Nicht gut. So, okay, lassen wir durch. Irgendwie zweiter. Oh ja, das sieht nach einem großen Raum aus. Bitte ist da jetzt endlich mal ein Stronghold. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Doch alle langweilig, blöden Kackviecher, ey. Lass mich in Ruhe. Ich weiß noch, wo mir auf meinem Server so richtig genau auf meinem Server ist das Ding auf so einem 20x20 breiten Raum gespawnt. Mann, du bist so unpassend, gell? Wie so unpassend sind die Viecher immer. Was hier auch wieder nicht nach Stronghold aus ist. So kacke. Tja, Mann. Ja, dann verpissen sie sich. Man weiß, dass ich keine Pfeile hab, ey. So, generieren wir mal Map. Aber ich seh ja schon, wie wir haben immer weiter generiert hier. Meine Fresse, du bist so nervig, ne? Das geht gar nicht an. Jetzt halt doch mal endlich deine Fresse. Littet. Sieh, 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 erwarsch. Aha, aha. Okay, das sieht gut aus. Das ist tief, aber da hinten könnte was spawnen. Vielleicht jetzt da, ne. Dann muss ich da weiter. Jetzt komme ich nochmal weiter runter. Jetzt komme ich auch nochmal weiter runter. Okay, auch nochmal weiter runter. Jetzt könnte ich eigentlich schon springen, aber das würde nur meine Hose kaputt machen. Egal. Aber das war's wert. So, weiter geht's. Ich hab so ein schlechter Gefühl, das nagen, das schlechte Gefühl, dass wir nie wieder rausfinden werden aus dieser Höhle. Aber ich brauch halt einfach dieses Stronghold Samen. Oh, ich hasse es sehen. Ja gut. Ist kein Vierchen da näher, dann sollten wir. Dann müssen wir trotzdem lieber werden. Dann gibt's hier einen sicheren Weg. Da. Habe ich doch, wie ich es gedacht, dass hier einen sicheren Weg gibt. Da ist ein Scheißsee. Aber natürlich, aber gut, die Breite ist noch nicht so fett wie beim, wie ich so direkt drüber. Hätte ich doch im wenigsten Potion der Feuerresistenz. Einfach da unten in den See reinspringen und durchschwimmen. Oh Gott, ich hab so Angst, ne, dass ich jetzt loslass. Oh, kurz mal ein Schiff runtergehe, aus Versehen. Oh, ich hab's geschafft. Gut. Ich fress jetzt einfach das Steak. Aua. Und jetzt endet hier der Tunnel. Oh, hast ja gut ausgedacht. Das heißt Spawn Generator, ey. Ja, du scheiß Map Generator. Hm, toll. Ah, ja. Hm. Sieht wohl auch nicht danach aus. Egal. Weiter geht's. Einfach nicht ermüden und immer weiter rennen. Leute, das sieht aus diesem Tor da. Ah, okay. Ziemlich kaputtes Tor. Gut, das wird jetzt eh gleich um die nächste Ecke enden. Wie ist es schon, um wir sagen, ist schon passiert. Ich will jetzt einfach nicht aufhören und wieder zurückgehen. Gut, ich geh noch ein bisschen weiter, aber bevor ich mich jetzt durch die nächste Wand buddelt, drehe ich um. Ich hoffe aber, dass jetzt hier in der nächsten Ecke einfach ein Lava Seas mit einer riesigen Stronghold, wo ganz schön viele Samen drin sind. Oder mir reicht eigentlich auch schon 10 Samen oder 20. Mir reicht schon ein einziger Samen, aber das gibt's ja nicht. Nee, 20 Samen spawnen die, spawnen immer zusammen. Und da wird mir ein Pack reichen, da würde ich sofort mich verpissen hier. Nie wieder in diese Scheißhölle gehen. Oh, das ist einfach so beängstigend hier. Bitte da, offener Raum, spawnen. Mach mir einen blöden... Was auch immer wie es heißt, Teil... Komm schon, du kannst doch nicht so kalt sein. Einfach nicht das, was ich will hier. Einfach nicht das, was ich will. Nee, 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 das geht doch nicht. Das geht doch einfach nicht. Ach komm. Oh mein Gott, mein bester Freund ist schon ja da, um mir den Tag zu versauen. Ja, ich liebe dich auch. Oh scheiße. Ah ja, am liebsten sind wir natürlich direkt am Abgrund. So schlecht finde ich es eigentlich gar nicht, dass er von mir wegfliegt, aber trotzdem muss ich in seine Nähe. Und ich überhaupt drunter gehen kann. Das ist alles eine schlechte Kombi. Gefällt mir gar nicht hier in der Hülle. Mag ich überhaupt nicht. Naja. Muss das, muss das, muss das muss. Aua. Oh, das ist ein zweiter Freund. Oh mein Gott, da unten muss doch was sein. Komm, lass den Lava sehen, da muss da noch eine Stronghold drin sein. Bitte. Jetzt komm schon. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Also, es wird weit und breit keine Stronghold mehr gibt. Ich meine, normal sind die am Spawn direkt und dann ist da halt einfach eine und du kannst da rein. Das muss jetzt immer so und jetzt laufe ich stundenlang und es kommt keine einzige mehr an meine Quere. Dann ist ein Flieger, da ist noch ein Flieger. Hier ist alles, aber keine Stronghold. Ich habe ganz schön dieses doofen Gefühl, dass ich nie eine finden werde. Einfach nie. Lass dich noch mal schlecken, kannst du mich da oben. Nein, kein Abgrund. Oh mein Gott. Das sind die besten Abgründe, die kommen, wenn man unter Beschuss steht. Bei den Viechern ist der schwere Beschuss. Wie ich es gerne nenne. Ach ja. Die stehen auch unten. Aua. Aber egal. Eine See. Und das wird wieder... Und das wird wieder schön Lava gespawnt, aber kein bisschen Stronghold. Komm, jetzt gib mir eine Stronghold. Ich geh nicht weiter wie dieser dämliche See hier. Ich geh jetzt nicht weiter. Das Baumhain ist Stronghold, du Wichser. So, ich höre die Ausdrücke, aber das gibt es doch wohl nicht. Dieser Scheiß-Map-Generator hasst mich. Das sind sichere Wege. Also sicherer zumindest als durch die Luft über der Dara. Ach komm jetzt. Ich guck mal den See hier an. Und kein einziges Ding, willst du mich eigentlich natzen? Ach, gibt's das? Na gut, einmal Weg quer über den See bitte. Schon geht's vielleicht nicht mehr weiter. So wie man es mag, ne? Geh halt außen rum. So, das lass ich mich nicht abwimmeln. Das ist alles so scheiße hier, ey. Kein... Kein das, was ich will, weit und breit, ey. Zum Kotzen ist das auch. Ich weiß, ich wacke ab, aber... Das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Den ganzen Tag. Hallo, Höhle. Ist das jetzt so ein Untergrundtunnel da durch, oder? Ne, ist einfach nur so eine dämliche Kackhöhle, die so ganz klein ist. Wo ich mich einfach nur reinlocken will, sodass ich nicht mehr rauskomme, ohne irgendwie Steine zu verbauen. Na gut, du hast dein Ziel erreicht, Höhle. Ich schwöre Steine. Ich dachte schon, das Spiel würde mir mal was Gutes tun. Hä? Tja. Kannst kratzen. Okay, weiter geht's. Gut, weiter. Alles klar. Und... Ah, damn it. Ich bin da jetzt hoch. Okay. Es kann weitergehen. Ab nach oben. So. Schlechte Kombi. Ich springe ja schon von alleine, ey. Ja, ja, warte. Ich will diesen Übergang hier. Ah, das wird schwer. Ich muss einfach... Ah, da kommt gleich noch eins hoch, ey. Was ist das? Mein Gott, 2500. Ich bin jetzt erst bei 1000 oder 2000. Aber bei 2500 doch nicht, ey. So, komm. Spawn jetzt was. Irgendwas beim See. Spawn jetzt was bei dem See-Spawn sehen. Ich habe lästigen mich hier ohne Ende, ey. Ja, versperr mir den Weg. Und gib mir keinen Stronghold. Ich verpiss mich. Ah, das ist schlecht. Nein, nein, hier geht das nicht weiter. Oh Gott, ey. Gut, dass ich mich geduckt habe. Schade, dass ich mir niemand nicht auf irgendeine Y-Koordinate setzen kann. So. Alles klar. Na ja, gut. Gut. Chill ich jetzt den ganzen... Das ganze... Ich hasse Label. Der schreckt einen immer so. Wenn ich dazu... Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß, ich glaube nicht an Gott, aber trotzdem. Ach du Scheiße, ey. Na toll. Na ja. So. Gehen wir mal weiter. Au. Ach kacke, ein anderer Weg. Dann lass uns mal nach oben gehen, um den anderen Weg zu nutzen. Ach, okay, dann doch lieber da. Ach, okay, einfach quer durch die Mauer. Weil mir meine Spitzaktqualität nicht mehr gefällt. Schon unter der Hälfte. Ha, verdammt. Warte, ah, okay. Aua. Aua. Geronimo. Au. Fuuuck. Ah ja, okay. Was haben wir da eigentlich drauf? Projektile. Das ist witzig, wenn du ein paar Projektile-Protections drauf hast, machen dir Pfeile gar keinen Schaden mehr. Überhaupt keinen, also. Na, gehen wir uns dann langsam mal auf dem Rückweg. Hallo, da unten. Du sollst dich aber nicht mit mir anlegen, du bist hier der untere. Na ja, ich hab keine Zeit für dich. Also. Hier geht's so. Und hier geht's so. Das heißt, ich muss so, oder? Nein, ich muss so. Nein, ich muss so. Nein, ich muss so. Ja, hier muss ich hin. So geht's weiter. Also, ich höre die Brand hoch. Ach, im Klartext. Einfach nur hier durchbuddeln. So. Hoffentlich fanden wir jetzt. Kommen wir ins Jahr. Mal sehen, wo wir rauskommen. Schein hier. Oh mein Gott, dauert das ewig, bis ich mal da durch bin. Ich hab schon wieder das G-Wort in den Mund genommen. Gewohnheit. So geht's am einfachsten. So geht's irgendwie am einfachsten. Oh, hallo Lavasee. Dich hab ich ja jetzt da. Ach, verdammt. Warum Spiel? Oh ja, genau. Ich wusste, dass du mich hasst, aber doch nicht so sehr. Und tschüss. Da drüben ist ein Übergang. Ich kümmere mich jetzt nicht mehr um mein Leben. Ich hab mir da drüben Übergang. Hallo Schweine. Tschüss Schweine. Oh oh. Oh oh. Einfach nur immer weiter hier lang. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Oh mein Gott, oh mein Gott, endlich, 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 kann ich aufhören, das Wort zu sagen. Endlich, endlich, endlich. Was ist da unten? Ach, da würde ich jetzt reinspringen. Nee. Ich bin so happy. Eigentlich geht's einfach nur ganz kurz nach der Suche auf, äh, nach der Samensuche auf. Und dann bin ich schon wieder weg hier. Und einfach nur ganz raus aus dieser Scheißhörle. Wäre cool, wenn man sich so für 10 Level oder so, oder 20, keine Ahnung, ja doch, 10 Level, so ein Port aus der Hölle rauskaufen könnte. So, dass man die Sachen behält, aber irgendwie, ja, oder ein Port nach Hause. So. Na, da Bricks sind cool, die kann man wenigstens sowas verarbeiten. Hallo. Deine Mutter. Mal gucken, wo es dahin geht. Sieht doch vielversprechend aus hier oben. So. Hört sich aber noch Wesen an. Ja. Aber die können hier wenigstens nicht wegfliegen. Hallo. Warum nicht, wenn man schon mal an der Stelle ist, wo die spawnen und nicht wegfliegen können? Nein, 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 nein. Ja, Leute. Was ist das Ende? Mann, das ist nicht schön. Warte, ich gehe aber hin und wieder zurück. Bis gleich. So, hi, Leute. Ich bin kurz im Creative Mode wieder hergeflogen. Und jetzt zerpisse ich mich, wie schleinigst. So. Ja, das ist halt immer wieder blöd, wenn man einfach so, ja, wenn das sowas halt passiert, ne. Und da weder ihr wahrscheinlich noch ich den Nerv habt, da jetzt die ganze Zeit den ganzen Weg wieder zurück zu laufen, beziehungsweise das Allgemeine neu zu holen, die ganzen Sachen. Weil ich mich jetzt einfach schnell wieder hergeflogen habe. Ich habe jetzt nichts Neues geholt. Habe ich einfach nur wieder hergeflogen mit Creative Mode. So, jetzt hier mal. Wow, 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 chill, chill. So, bin einfach irgendwie kurz hergeflogen und ja, das war eigentlich alles. So. Lass ich gucken. Ha. Ich muss erst mal kurz meine Dinge wieder ordnen. Weil ich bin einfach nur hergeflogen und habe meine Sachen eingesammelt, habe mich wieder zurück in den Survival Mode rein getan und habe mich eingeloggt und weiter gemacht. Und deswegen sind jetzt meine Sachen hier etwas ungeordnet. Und jetzt gucke ich mal, welches Nether Rack ist. Ich verstehe das hier. Alles klar. Natürlich müsste eigentlich nicht sein, dass jetzt irgendwie sich der Dame hier Lavastrom da über dieses Ding ergießt, aber so, mal gucken. Oh, das sieht gut aus. Hey, yeah. Guckt mal, Leute, was wir gefunden haben. Okay, 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 okay. So, kurz chillen. Warum habe ich Scheren dabei? Okay, das ist jetzt gerade nicht der richtige Moment, darüber nachzudenken, warum ich eine Schere dabei habe. Naja, okay. Axe und Ho. Oh ja, schön. Und die andere Seite noch. Oh, ist das genial, ey. Naja, mehr oder weniger. Jetzt muss ich ja die ganze Scheiße noch zurücklaufen. So, hauen wir mal rein. Kann ich kurz den Death Point löschen. Ah, okay. Hier ist Kackviech. Ähm, da ist ein Mistake. So, wo geht denn das jetzt hier hin? Und dann einfach hier wieder zurückfinden. Ich liebe ihn gerne einfach über die Map gehen, aber das Loch habe ich eh schon verloren. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wo das ist. Anyway. So. Okay. Ja, da ich jetzt nicht weiß, wie lange ich schon aufnehme, ich tue jetzt noch eine, oh, was ist das? Natürlich noch eine Minute jetzt so aufnehme, weil, was glaube ich, 10 Minuten oder so aufnehmen, wie ich jetzt kurz zurücklaufe oder zumindest eine kleine Strecke, wie ich zurücklaufe und dann, wie wir zurückankommen und dann anfangen rumzubrauen. Okay, das sieht noch am Lavasee aus. Bin sehr glücklich, dass wir das jetzt noch geschafft haben wieder. Zurück zu kommen. Ja, ihr seid hässlich und scheiße, ihr blöden Schweine. Jetzt geht mir aus dem Weg. So, ähm. Weiter nach hier. Oh. Fail. Jetzt geht er nach hier. So. Alles klar. Nur dazu in ein, zwei Let's Plays, äh, vor ein oder zwei Let's Plays, da bin ich auch schon mal in Creative Smoke gegangen, heißt der in die Lava gefallen bin und bin kurz rausgeflogen aus der Lava. Aber, jedenfalls ihr euch gewundert habt, warum ich aus der Lava plötzlich rausgeflogen bin. Gut. Das sieht aber nicht gut bei meiner Hacke aus. Gar nicht gut bei meiner Hacke aus. Vor allem, da ich jetzt vom Fliegen her weiß, was das für eine riesen Distanz ist, die 3.000 Blöcke da. Maja, 1.000 plus 2.000 ist es ja. Hm. Na ja, gut. Einmal springen. Tut uns auch nur weh. Oh, schon wieder als Nix-Sign-Nether-Castle da. Wollen wir, wenn ich mich da hochbauen kann. Dann wäre das sehr praktisch. Denn. Denn, 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 oder so. Okay. Mach, oder so. Oh, Mann. Ich bin ein Failure. Ich geh jetzt nur hoch, damit ich schneller da durchkomme. Das hat schön gerade und tolle Wege, wo man einfach durchrennen kann. So, da bin ich jetzt auch schon oben. Das ist falsch. Aber jetzt hätte ich so, als er. Ach so. Okay. Dann lass uns rennen. Lass uns essen. Übertrieben laut, die Viecher sind. Das geht doch genau in die Richtung, wo ich hin muss. Oh, das geht schon wieder falsch. Aber da ist schon 20 zu gehen, so. Oh, oh. Das ist schlecht. Stopp. Ah, bis gleich. Mann, oh, Mann. So, wieder da. Meine Faszinierde nervig. So, jetzt schnell rüberspringen. Und diese scheiß Viecher, die da spawnen, die da weghauen. Oh, 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 oh. Das ist knapp. Jeder da. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Renn, 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 renn. Aua, 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 aua. Okay, die Taktik ist nicht schlecht. Komm schon, komm schon, komm schon. Da kommen die alle. Aua, lasst mich. Ich bleibe einfach hier, mach die Taktik weiter. So, in der Leometer-Voll-Sinn. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Da habe ich mich ja wirklich... Das war eine geniale Idee, da jetzt reinzugehen. Die wäre richtig toll. Und tschüss, ihr Fecke. Jaja, du leckst wieder, du leckst... Am Arsch leckst du jetzt, hör auf zu lecken. Jaja, gut, man lernt dazu. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr verrecken in dem Let's Play, weil ich einfach jedes Mal Creative-Moder mache. Kurz. Was ach, keinen Spaß macht zu sterben. Unter anderem. Mal gucken, wo muss man lang da? Oh, hallo, riesiges Laberbad. Dich habe ich vermisst. Ach, ich denke mal, ich kletter da in das Zeige. Da oben in den Gang rein. Was ist eigentlich da lang? Hm, verdammt. Egal. Machen wir einfach hier weiter. Oh Mann, gut, dass ich das jetzt habe mit dem Creative-Mode. Also, dass ich... Ich habe jetzt ausgecheckt, weil vorher war das immer ein bisschen komisch. Da waren immer so kleine Fehler drin. Aber jetzt habe ich das ausgecheckt, warum. Und jetzt kann ich das immer einfach so machen, wenn ich gerade am Verrecken bin. Alles klar. Jetzt hier, hier. So. Das dauert schon wieder eine Weile Oh Gott, die scheiß Spitzacke ist rot Das ist jetzt so schlecht Und so unpassend Und so, 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 so Scheiße Oh mein Gott, ich bin so tot Und ich hab schon wieder das G-Wort gesagt Oh Gott, die wird immer roter Fuck Oh Mann, ich hab so keine Chance Oh, jetzt kommt auch wieder raus Du scheiß Mensch Oh Mann, oh Mann, oh Mann Das ist nicht gut Oh Gott, die ist gleich weg Oh Mann Die Spitzacke verabschiedet sich gleich Mein Gott, wie gern geht denn das noch? Oh Mann Oh Mann Keine Chance Jetzt wüsst du wenigstens, ob über mir oder unter mir ein bisschen platzfrei ist Ach Scheiße, die ist gleich weg Ein paar Schläge noch Oh, ich hab's geschafft, ich bin draußen Und schon wieder eine Es ist wirklich so, dass wir eigentlich um alle vorbeigegangen sind sozusagen Um alle Dinger sind wir um vorbeigegangen Die wären alle nebenan gewesen Hier alle auf minus 1100 Oder 1000 was 100 Und wir sind ja ein nach dem anderen vorbeigegangen, oder? Na, hab ich nicht rein Die können mich jetzt Oh Mann Das sind so tolle Wegwachen da vorne Ich muss jetzt aber leider durch Oh Mann, hast du ja einfach durchgespaßt, Dika Renn, renn Oh Mann, da ist kein Weg Zurück, zurück, zurück Geht's nicht mehr weiter da Total spack Oh Oh Weg Ich kratze sozusagen die Kurve Der Lauerfluss ist ja auch echt perfekt Gut, einfach zurücklaufen Und jetzt geht's hier lang Oder Boah Warte Renn du Spack Ähm, nein, das ist nur ein Aussichtsturm Ach, wer interessiert's Ich geh einfach hoch Ich geh jetzt einfach da hoch 14 Ach egal, ich könnte es eh nicht abwohnen, sagst du, wenn ich wollte Ich wächst da einfach mal hier auf den Netherbricks und Pilz Richtig kalt Egal So, geht's jetzt hier runter Hier ist ein Soul Sand Moment Oh mein Gott, das ist ne Mauer Das ist ne Schmauer Richtig scheiß Mauer Verdammt Einen Moment Ähm So, ja da Ich muss hier ein Wegedach da oben finden Das geht nicht Ich kann einfach keine weitere Spitzhacken mehr verbrauchen Ich hasse euch auch Hier heißt ich ein Schweineviecher Und weiter geht's Oh man, eigentlich wollte ich hier schon von der Ewigkeit aus machen Das mach ich, wenn es jetzt wirklich keinen Weg mehr gibt Und ich die Spitzhack komplett zu Ende hab Oh Gott, eine Öffnung hat sich getan Und wir sehen Licht Ganz viel Licht Also nicht im übertragenen Sinn Wir sehen natürlich kein Licht, sondern Lava-Licht Lava-Helligkeit, aber Verdammt nochmal Boah, das war knapp Das war so fucking knapp Oh man, war das knapp, ey Okay, weiter geht's Und zwar guterweise genau in die Richtung, in die wir müssen Na gut Solange das Ziel schön frei ist, können wir einfach nur rennen Und brauchen gar keine Netherbricks Kein Kommentar Ich glaube ich auch Hm So einfach aus Langeweile hier weitermachen Hau rein, hau rein, hau rein Naja Das muss, das muss Und in dem Fall muss es Aber das dauert mir einfach zu lang Ich gehe auf Risiko Und wenn das wirklich schief geht, dann Mal einfach Creative Mode Alles klar Alles klar Und hoch Und hoch So ich werde jetzt ausmachen, aber ich werde jetzt erstens Ich meine jetzt, wo eh kaum noch jemand zuschaut, wenn eigentlich überhaupt keiner bei meiner Zuschauerzahl Warum sage ich denn überhaupt noch was Warum sage ich denn überhaupt noch was Ne, aber Deswegen gehe ich nämlich jetzt noch in diesem Let's Play da hin Hier Everywhere Gut, ich werde jetzt so Well, es ist jetzt eh langweilig ist Ok, gut geschafft Zumindest halberts So Ja, ö. Ich höre ich ö auch. So, hier geht es weiter. Na gut. Perfekt. Okay. Aua, okay, das war so, okay, okay, aber da geht's hier. Solange der Feierraum ist, kommen wir mit dem Nerex auch gut weiter. Bisschen hier lang, aber jetzt die Zahlen, die werden schon langsam niedriger. Das ist schlecht, dann muss ich jetzt hier hoch. Ich kann auch runter gehen, aber runter ist irgendwie jetzt gerade nicht so passend. Hier die Wand hochklettern, kletter, kletter, kletter. Ja, ja, der hässliche Kackviecher. Ab. Ich wollte mal nach oben, um zu gucken. Hm. Ah. Oh. Hm. 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 Ah. Hm. 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 Ich bin schon mal unterschätzt, als ich hier runter gegangen bin. Äh, so weit gegangen bin. Ich bin einfach ein bisschen zur Seite gegangen, da werden da lauter Strongholds. Nein. Verdammt nochmal. Egal. Hier geht's nach oben, oder? Ja. Yes. 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 No. Ach, verdammt. Muss ich jetzt echt zurück gehen, ey. Ist mal voll unschön. Lauf ich halt außen rum. So. Ok. Jetzt geht's weiter. Hoffe ich zumindest. Ah, hier mal runter. Hm. 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 Oh, Scheißhackgassen. Hm. Hm. Hey, so ein Anti-Feuertrank, dann würde ich einfach in der Lava hier runterschwimmen. Habe ich, aber nicht. Oh, ist das tief, aber ich muss da runter. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen kacke. Also ich könnte jetzt die Lava ausnutzen, um... Ach, Bullshit. Das ist so fucking tief. Ich könnte irgendwie die Lava ausnutzen, um den Fall zu dämpfen, aber das ist auch scheiße. Irgendwie alles kacke. Also ich muss genau nach da. Genau nach da. Ach. Dann nochmal. Geht's irgendwie oben, gar nicht. Muss ich irgendwie so runterkommen. Ah, das ist schon close. Das ist schon close. Geronimo. Einfach hoffen, dass es klappt. Okay, da hinten müssen wir durch. Verstehe, verstehe. Da geht's eigentlich auch. So. Kleiner Umweg, aber dafür weniger gefährlich. Auch wegen dem Creative Scheiß, den will ich ja auch nicht die ganze Zeit machen. Das ist ja auch ein bisschen doof. Immer mal verkackt. Deswegen tue ich mir einfach den sicheren Weg hier. Und dann habe ich auch gar keine Probleme mit. Ding, 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 ding. So. Aber doch, die Zahlen werden immer geringer. Jetzt sind wir schon bei 700 angekommen. Wo wollen wir es noch auf 2000? Oh ja. Oh ja. Mach mir doch noch richtig großes Lava mehr, du scheiß blöde Kacke. Oh man ey, man, 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 man. Ich krieg mir wirklich nichts geschenkt. Okay, jetzt mal wieder Umweg gehen. Okay, das hat sich gelohnt. Wir haben jetzt viel weiteren freien Lauf. Die Lava ist hier unausweichlich. Shit. Da komm ich nicht rum. Die Frage ist jetzt. Ja, so wie ich es mir gedacht habe. Perfekt. Geschafft. Ansonst da. So. Na dann. Was zur. Hm. Das ist dumm. Ist ja wirklich, dass wir jetzt gerade. Richtig, richtig, richtig. Da scheiße sitzen sozusagen. Ich werde mich jetzt in die Lava schmeißen mit dem Lake, ne. Mann, ist das ekelhaft, diese Lacks. Ich habe gerade so Schiss, dass ich mit dem Lake in die Lava hinfliege. Das ist doch ein bisschen nicht ganz so schnell. Aber es geht voran. allemal. So. Nein. Ich kann hier hoch. Ach, endlich wieder auf dem festen Boden unter den Füßen. der ist auch fest unten. War nur halb so fest. Oh, geil. Da endet der Lava sie und ich kann hier in Ruhe am Rand entlang laufen. Ach, fick dich doch. Weil, 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 wäre auch so schön, um wahr zu sein gewesen. Muss ich jetzt durch. Ja. Komm noch mal. Nächster Rack, 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 Rack. Ja, du viele Lava, du kannst nichts machen, wenn ich meinen Nitter-Rack hier platziere, ne. Schade für dich. Schade für dich. Schade für dich. Schade für dich. Wie weit denn noch? Mann. Du kannst mir nichts tun. 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 Aber ich meine, das ist ja auch so. Oh mein Gott, ich bin drüben. Yeah. Sackgasse. Kein Kommentar. Ich versuch's mal hier. Aua. So. Aber hier. Hm. Ich versuch's mal hier. Ich versuch's jetzt dafür um den Lavaseen kämpft, dass er jetzt in dem hier Lava-Sackgasse ist, oder? Nee, komm, da geht's hoch. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Gut, gut, gut. Und jetzt muss es da oben... Oh, ich sehe Licht, ich sehe Licht von Glowstone. Yay. Oh, schön. Schön, schön, schön. Ich glaub, das ist sogar schon unsere Heimat-Lava-See, wenn man das so nennen kann. Ja, das ist unser schön riesiger fetter Heimat-Lava-See. Der so fett ist, dass er einfach mal fett ist. Bis zum Horizont Lava. Das ist ja so geil. Das ist ja so schön. Na gut, ich mach's mir einfach. So. Und hochbauen. Oh man, das Let's Play wird vielleicht lang. Hoffentlich. So. Dafür reicht die Spitzhacke doch sicherlich noch, oder? Sieht gut aus. Jetzt wird aber langsam schon mal was kommen. Na toll. Jetzt wird da Hacke. Axt. Ruhe. So, bei der Schaufel geht's leicht schneller. so warte mal, ja yes das ist aber jetzt nicht, das ist unser, warte mal, dann war ja irgendwie klar, dass es stronghold ist und nicht portal das ist jetzt scheiße, wir sind einfach im portal vorbeigelaufen tja, ja so geht das ne, das soll vom Eingang weggehen oder ich haue euch kaputt haue ich kaputt du, oh ja jetzt sind wir da eiskalt im portal vorbeigelaufen, ey ich kotze, ich kotze die schnauze da oben ja ja, ja ja ich weiß, ich bin ein idiot wie weit habe ich mich eigentlich hoch gebaut zu weit, auf jeden Fall, zu weit oh man, das ist ne Arbeit ja endlich ok, ob hier überlebe ich es und ab nach hause immer noch nicht in mir wehe, das scheiß portal oh ja das könnte jetzt ne halbe Stunde dauern ah, warte mal das wollen wir schon mal hier, dann können wir das auch noch einsammeln so na komm so, ist das auch schön ok das ist ja nicht in der Teehöhle na ja, ich weiß schon man darf sich einfach nur noch nicht zu früh bedanken so weh das, als auch es tut warum zu Geier oh, ich verstehe ich bin mir ganz in die falsche Richtung gelaufen ach, das war ja zu klar war ja zu klar das Geierportal ist ja da und irgendwo anders also habe ich mich schon wieder getäuscht ganze Scheiße hier zurück na ja, wenigstens hier ist irgendwo ein Loch, gell da ist es gut kann ich jetzt hier einfach hoch bauen ich habe mich schon gewundert auf welchen Koordinaten denn mein äh, Portal witzig ist es sei aber auf 0,0 ungefähr ja, so habe ich die Antwort und ich war verdammt dumm so schnell hochbauen gut, dass ich da jetzt nicht ganz hingebaut habe das wäre ja noch besser wenn ich dann stehe, dann plötzlich irgendwo in der Pampa in der hellen Pampa halt ich muss sagen, aufhören zu spielen das Ding wird hier noch ein paar Stunden lang ach so, und so ist es jetzt, oder? ach, ach so hier steht er warte mal hier hoch oh oh und schön so, mich könnte jetzt hier der kleinste Fall außer Gefecht hauen deswegen kratze ich mich kurz um Zeit zu schinden ok wir dürfen warten, Leute warten ok, ich wartet wahrscheinlich eh schon die ganze Zeit nur noch aufs Ende, aber tja ich hoffe, mal die Zeit reicht zum Rendern wenn nicht, hab ich verkackt, kann ich halt den Tag nicht zocken hm das dauert jetzt eine ganze Weile oh, ich habe ja noch Mandarinen manda, Mandarinen oh, komm schon die ganze Ding ist schon leer nein, verarsch mich nicht warte mal oh mein Gott, ich habe es wirklich geschafft an innerhalb von zwei, drei Stunden eine komplette Kiste Mandarinen leer zu essen das müsste jetzt gehen oh ja, aber es war knapp gut dann geht es weiter so und wir laufen total falsch naja gut unser hauseigenes Navi sackt uns ja den Weg wisst ich jetzt und hab naja, halt so woher kommt das Geräusch oh ja oh ja oh ja wer ist halt zu uns ne, das schreibt einfach nur na gut, dann ist ja nicht schlimm alles klar hoch 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 hab ich gesagt hoch 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 gut weiter hoch so, dann hier hoch hier 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 ok hier ok wie ändert sich das ne, das sieht schlecht aus ich will jetzt die Karte öffnen, aber na verdammt ich hab mir die Arschkarte zugeschoben ah, da wird nichts hier ich hab wenigstens da, die Hacke das ist genau in dieser Wand drin verdammt oh man, das gehört noch ewig darin, bis ich mal rauskomme ich versuche einfach so weiter zu laufen ich denke, da habe ich mehr Möglichkeiten ja, du mich auch fette Scheißviech na, was ist das denn gut plums noch da weiter ja, leck ah, jetzt geht's wieder oh, am Arsch oh, falls ich mal runterfallen sollte man muss sich ja nicht darauf anlehnen, zu sterben so 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 okay ah, gut, da hat natürlich wieder viel Raum zum Laufen manchmal darf man sich nicht ganz auf die 3D-Karte verlassen, weil oh shit oh shit oh shit oh shit that's very bad fuck this shit oh mein Gott ich bin so blöd ich könnte auch auf hier eine Crafting Table hinklatschen oh mein gut es ist dann zwar nur eine Holz Spitzhacken weißt du was besser ist gar nichts man, warum ist mir nie aufgefallen, dass ich das noch dabei habe das geht fast genauso schnell naja gut, das wäre jetzt nicht das ganz wahre, aber es ist besser als nichts die Dinger gehen kaputt wie scheiße naja gut eine kaputt, eine ist noch da ich kann mir relativ viele von den Dinger machen und ich will jetzt nicht sagen, weil hier in diesem Land zählt unendlich nicht vor allem bei sowas die Spitzhacken ja das kann so eine ganze Weile so weitergehen, ne oh man, ich glaube das Spiel geht jetzt schon eineinhalb Stunden ja, das war's mit dieser Eisenspitzhacke, äh mit dieser Halsspitzhacke oh Gott, jetzt kommt dieses Geräusch schon wieder so 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 scheiße scheiße auf das Holzsend gut ich will einen kleinen vorrad an Spitzhacken Wäre jetzt schön, wenn ich endlich mal irgendwo rauskommen würde, aber ich habe die Honkflung auch langsam aufgegeben. Dass es jetzt vielleicht auch schon eineinhalb Stunden geht, vermute ich eh nicht, dass da irgendjemand noch zuguckt. Weißt du aber noch Zukunftstanz, die haben wir in die Kommentare schreiben, würde mich eigentlich noch mal interessieren, wer sich das zu lange antut. So. Ganz schön, du bist weit schon. So ist es richtig, genau. Perfekt. Nächste. Es kriecht sich so voran. Aber so ganz langsam nur. Ich gehe einfach hier weiter rein. Mir auch egal. Ich gehe jetzt zwar ein bisschen verschoben, aber egal. Und wieder eine kaputt. Ja, das ist eine Arbeit hier. Also irgendjemand könnte es glaube ich noch ewig so weitergehen. Oh ja, ich habe es geschafft. Ich bin wohl rausgekommen. Yeah. Ein weiterer Win eintragen. Oh ja, so was von Win. Ich kann hier richtig laufen. Aber leider ist es noch nicht ganz zwei. Leider auch nicht auf dem Radar sichtbar, das Portal. Egal, die paar Dinger schaffe ich jetzt auch noch. Und dann werde ich mich nämlich genau vor das Portal hinstellen, dass man sich so richtig darauf folgt. Wenn man sich einloggt, dass man dann direkt es losgeht bei mir mit Frauen und so. Und allgemein. Und pushy. Oh mein Gott, ich habe es. Es ist da ein Punkt. Es ist da ein Punkt. Okay. Ja, oh, war es nur noch eine. Die Gelegenheiten gehen schon schnell kaputt. Moment. Okay. Ich muss doch mal kurz Captures eingeben für meine Filme. Ganz schön nervig. Ha. Hätte ich dieses letzte Stück jetzt auch noch laufen können, wäre aber auch zu schön gewesen. So, muss ich neue Crafting-Träger machen. So. Egal. Ähm. Ich weiß auf der Erde. Gut. Standard mäßiger lag, ganz kratzen. Ja, ich wollte es auch spielen. Oh mein Gott nein, ich bin tot. Natürlich ist überall um mich Feuer. Egal, bis gleich. So, wieder da. Ich mache jetzt eigentlich groß creative. Nehme mir jetzt einfach sowas raus und natürlich habe ich es nicht. Egal, muss ich mich jetzt nicht groß beeilen. Es wäre noch richtig zum Kotzen, wenn jetzt irgendwas weg wäre. Ich hoffe einfach mal spielen war so fair und habe mir jetzt nichts weggenommen dafür, für diesen Ultra-Fail. Mal gucken. Also ist mir eigentlich egal, ob mir jetzt irgendwelche Diamantsachen, obwohl ne, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache meine Blazing Rod und meine Samen sind noch da. Das könnt ihr jetzt einfach nicht aufhaben, wenn die jetzt weg wären. Oh Mann, das war so nötig. Okay, machen wir nochmal. Wenn wir schon mal dabei sind. So, nochmal welche. Fertig. Ich fahr jetzt ab in die Hölle. So. Ist auch egal. So, Chunks, Building Nether, Upvading Terrain. Die muss nicht genau vorher drauf fallen. So, mach mal mit an. Na, das sieht mir doch. Ah, das hier. Geht auf jeden Fall schneller mit der Hacke. Ich guck mal kurz. Waypoints, Deathpoint. Ähm. Hier ist 35, mir ist 4, 3. Jetzt hat nirgendwo und da ist ja also. Genau hier. Aber ich bin doch nicht nochmal zum blöden Faller nochmal runter. Aha. Ach, scheiß doch drauf. So. Ja, das ist ne ganz schöne Distanz. Kein Wunder, dass ich da verreckt bin. Gucken wir mal. Wir sind sozusagen richtig aus der Decke geschossen, oder? Ich sehe aber kaum Hoffnung. So. Obwohl in die Richtung wird das ein bisschen niedriger. Ich weiß nicht, irgendwo muss jetzt genau da vorne kommt ne Wand. Ich muss jetzt nicht runter klettern. Oh Mann. Das muss jetzt einfach doch zum Ende sein, dass ich direkt neben dem Portal sterbe. ja. So richtig. So richtig. Yeah. Das war jetzt so nötig. Gut. Gleich habe ich es. Na ja. Na ja. Weil halt einfach so ne. Oh. Ich sehe schon. Gehen wir einfach mal ein Don't give a shit like runter. Wasser. Fah. Oh Gott. Das ist alles gesaved. Hallo. Hm. 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 Lass mich raten. Die Samen sind jetzt weg. Hm. 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 Wie die Hose alles überlebt hat. Hm. 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 Das lass ich mir nicht gefallen mit dem Spiel. Hm. Hm. Meine Samen hier wegwerfen oder? Genau die Samen. Genau das was mir am wichtigsten war. Hm. Das ist mir jetzt eigentlich echt zu blöd. Hm. Das passt irgendwie schon an. Hm. Hm. Samen weg. Einfach Samen weg. Hm. Hm. Die hole ich mir jetzt wieder. Das lass ich mir nicht gefallen. Scheiß Spiel. Bis gleich. Mit Samen. Tschüss. So wieder da. Ja. Hab mir schnell meine Wertsachen wieder geholt. Ich hab grad eben auf Survival Mode gemerkt, dass mein Schwert weg ist. Ja. Mein Schwert. Und die Samen. Fick dich Spiel. Ja. Fick dich. Das hat mir nicht gefallen. Das ist doch scheiße ey. Das sind mir zwei wertvollsten Sachen. Okay. Spiel gegen dunkler shit. Spiel dunkler shit. Richtig. Da hab ich jetzt hier nicht mal einen Aufgang gemacht. Ah. Da oben vielleicht. Warum ist jetzt eigentlich so viel Feuer? Der Bogen ist auch weg. Alles reingefallen ist. Scheiß Feuer. Ja. Ach da oben. Gut. Auch. Piss dich. Wo ist denn Weg? Von mir aus mach ich mir halt einen neuen Bogen. Aber. Nein. Der Rest. Aber asozial. Ja. So. Alles klar. Ja. Ja. Ah. Ich hab ein Hammond. So. Jetzt stück ich mich vor das Kantal. Hm. Hallo. Oh. Oh ja. Der Lava Ausfluss. Achso. Jetzt weiter. Weiter. Und Stacks hab ich noch. Scheiße. Ich überleg grad was. Ne. Das ist auch was anderes. Ach genau. Das war das. Gerade eben. Verstehe. Verstehe. Na gut. Dann lass uns mal ab und schön nach Haus gehen. Und. An dieser Stelle geht's dann. Am nächsten Tag weiter. So. Mal gucken. So. Ähm. Eine Wooden Hue rein. Jetzt macht der alles viel Geräusche. Kurz Inventar ordnen. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Minecraft. See ya, ciao.